jo leute und damit willkommen zurück zu downstarf mit dem flash mit centus ja ja und dann habe ich welche komischen anzeigen bei mir an die ich nicht wegkriege keine ahnung wieso ja wer werde ich ja dann sehen wenn du es gemacht hast vielleicht falsch gedrückt habe oder so keine ahnung das nervt gerade so ein bisschen ich hab warum habe ich deine barthaare also nicht warum du die aufgesammelt hast honig in winter sind die gut honeycomb wie viel fleisch haben wir noch ich weiß ich nicht ja du kannst ja wir können auch eben aufnahmen statt guckt im settings in den settings ist das bestimmt nicht drin genau die habe ich durch eigene tassen kombinationen ja was hast du denn gedrückt weiß auch nicht mehr na das war klar jetzt eigentlich noch material werden schon alles verpfeffert oder mein leben mein leben aber auch ein bisschen holz ja ich habe mir mal ein bisschen holz ja wirklich glück das war schon ja war schon ein bisschen krass ich nehme die büsche mal mit nein reicht noch keine bären beschafft wir haben keine du musst du ja mit aber bestreiten damit die es wieder aktiv werden sozusagen und versuche immer blumen mit einzusammeln nein eigentlich diese beim sammeln christ zum beispiel agieren glaube ich ein oder anderthalb und du kannst dein leben generieren ja du bist behindert erst mal essen suchen überall ja kann man eigentlich eine bird falle bauen ja schön gut und gleich mal mit aber ja ja er hat mir viel aufgestellt ja du ja man mit einem namnam gibt ja ich weiß jetzt hin du arsch und man sollte immer so ein getrocknetes fleisch bei sich bei den controls nein keine lust gucke ich eben schnell controls und klein bisschen mark lockt kann es ja nicht sein und ich würde sagen wir bauen uns bei irgendwo ein zweites lager also sprich einen kleinen wald drumherum mit weiß ich nicht mit holz oder so und da mal wenn wir doch ein bisschen weiter gehen sollen dass da da nicht so immer bis nach komplett nach hause laufen müssen ja da kann man später machen man kann sich auch wieder belebungs dinge machen das weiß ich nicht doch doch kann man aber ich kann mich im stream gesehen hau ab killer bien das ist aber die wehren ansammelte um leibbine hattest du jetzt alle dinger nachgeguckt neugesetzte ok das ist jutt ja was haben wir denn da muss man ja auch ein mushroomloch und betten wollte ich machen oder zumindest so so ein ding wo man dann schlafen kann ach ja bin ja auch stimmt ja fuck boah ich hasse es immer da ist unser haus ich komme nach hause ja ich komme auch nach hause muss ich auch ich muss noch was zu essen machen noch äh duck plant plant und wo haben wir denn ganz am arsch der welt ich hau schon mal hier wollen wir das klick bei mir dunkel das ist das problem so fleisch gleich dann hänge ich mal zwei neue an leck doch mal wieder und ich koche ich muss mich beeilen ja du müsstest dich beeilen ja ich koche schon mal ich habe genau rechtzeitig noch geschafft gerade so man konnte es so konnte man moven ok mit sdrg kannst du stacken also dass du es halbieren kannst das habe ich jetzt gerade gemacht da habe ich äh wo tue ich denn dein fleisch rein hier in der dritten kiste wo ich jetzt vorstehe da tue ich dein fleisch rein was du kriegst das war mein leben rindergarten mit den ganzen Blumen ja mach mal das ding ist so misshandelt hier oh essen ist fertig ja gab es nur beeren hatte ich ja mitgebracht was anderes hatte ich nicht so essen ist oben bei dir in der truhe drinnen jawohl warm ich fresse mich über den kühlschrank äh ich glaube das gibt es den kühlschrank gibt es glaube ich gar nicht ich glaube doch man wäre ja armselig wenn das noch nicht mit drin wäre warum soll es denn den geben ich glaube es gibt ja noch dieses äh wagens of äh giants noch gar nicht dieses dieser mod hier drinnen deswegen gibt es auch noch keine kühlschränke aber das ist ein 2gelser hallo ja ist das mit dem mod dann generell egal ne das ist ja aus dem mod ja aber trotzdem glaube ich ist das egal wegen dem mod b-knife hab ich eigentlich n oh ich hab kaum werkzeug mit ne für die gegner gar nicht stimmt ja ich wollte ja noch aber erstmal essen holen oh ja genau wird wieder schwächer und welche hattest du reingetan die dritte also links ist die erste und dann welches ist das trockene fleisch ja und das also was der das oben drüber hätte essen das habe ich dir mitgebracht ja zack hm hm hat er das reingetan naja ich hab erstmal ein bisschen alles reingeschmissen wir haben scheiße drei stück äh wollte ich für ein feld benutzen achso naja ähm ich muss nochmal zu den schweinen hin aber da wollte ich jetzt ein bisschen essen ansammeln und jetzt auch da mit rein warte mal konnte ich nicht schon eine birdtrap ah ne da fehlen spinnenweben genau hm das wollte ich ihnen zugemachen wenn ich mich mit den schweinen anfreue freunde gibt es hier frösche ne teiche ok äh fishing what ok ja darum ist ein fetter frosch irgendeinen tutern bei uns abhauen hm soll abhauen die sau eine schaufel wollte ich mir bauen ah muss ich im lager bauen kriegst das hier nun nicht das ist das problem ne erst später mit dem bummerang oder so ne ja genau wow wie viele fette frösche sind denn hier baue ich mal eben ein paar dinge ich baue mir eben zwei stück ich baue mir eben zwei stück ich baue mir eben zwei stück nicht mehr akku oder seitdem akku seil wofür brauchte man denn seil äh fürs pen seitdem akku ich will dann euren freund aus dem käfig holen den hab ich mir ehrlich erarbeitet ich hab euch einfach alle geschlagen ja ich hab dir auf alle einen gt3 von die